Ich habe mich wieder mit Janik und Noah zu Fußballspielen verabredet. Ja, magst du aber erst Hausaufgaben machen? Du, immer mit den blöden Hausaufgaben! Was machst du denn hier? Dein Schulranzen ist ja noch nicht mal ausgepackt. Hallo? Ich rede mit dir. Mach jetzt bitte deine Hausaufgaben. Boah, weißt du was, Max? Das sind ja deine Noten. Selber schuld, wenn man nichts aus dir wird. Also ich renne dir jedenfalls nicht mehr hinterher wie eine Bescheuerte, nur dass du deine Hausaufgaben machst. Ja, wir werden jetzt auch nicht mehr so gut zusammenbauen. Wenn du den Knobbad we derivative, solltest du den Knobbad und dann auch nicht mehr so verbunden. Ich bin da, weil ich nicht mehr so, wie du denkst. Aber ich würde mich nicht mehr so, wie du denkst.